Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Heute mal ein etwas anderes Video und zwar, wie ihr schon in der Beschreibung seht, möchte ich mich einfach mal bei Felix Blume bedanken. Und zwar bin ich gerade von meinem Spaziergang zurückgekommen und habe heute das letzte Kapitel bzw. die letzte CD von seinem Buch Die 10 Bossgebote durchgelesen bzw. durchgehört. Und möchte hier meine absolute Kaufempfehlung aussprechen. Ich beschäftige mich jetzt schon seit ca. 2,5 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und habe schon sehr, sehr viele Bücher gelesen und auch Hörbücher gehört. Unter anderem von Leuten wie Christian Bischof, Veit Lindau, Robert Beetz, Tony Robbins, Neil Donald Walsh, Eckart Tolle und, und, und. Aber einfach nur, damit ihr euch mal eine Vorstellung machen könnt, über welchen Input ich einfach verfüge, um dementsprechend sein Buch auch beurteilen zu können. Natürlich ist es in seinem Fall so, dass ich auch seine musikalische Karriere schon seit Anfangszeiten, würde ich behaupten, verfolge. Am Anfang war es noch so, dass deutscher Hip-Hop sehr, sehr verpönt war und jeder hat es irgendwie gehört, aber man konnte nie offen darüber sprechen in seinem Freundeskreis. Oder wenn man jetzt mit einem Mädel irgendwie so über Musik sprach, dann war das jetzt nicht so unbedingt das, was die Frauen hören wollten. Dann sagte man doch lieber eher, ja, ich höre Aaron Carter. Also wie gesagt, ich bin jetzt 30, das war damals meine Jugend. Und auch heute ist es ja noch teilweise verpönt, deutschen Hip-Hop zu hören, auch wenn sich das immer mehr integriert, auch wenn man es gar nicht mehr kleinreden kann. Aber Radiosender und der Mainstream dementsprechend blenden es oder versuchen es ja trotzdem auf Krampf auszublenden. Oder auch die Aktion jetzt mit dem Echo, dass es plötzlich kein Echo mehr gibt wegen dem riesengroßen Skandal. Wobei ich als Außenstehender betrachte, das auch so sehe, was für ein krasser Hype einfach, also wenn man einfach so den Echo begräbt, was für ein fetter medialer Hype dort einfach dann für dich als Zerstörer ausgeschöpft werden kann. Weil um diese ganzen Medien, um die ganze Presse, die dementsprechend um dieses Thema allein schon sich dann auf deine Person stürzt, ja. Also um von selbst mit seinem eigenen realen Geld diese Masse an medialen Hype zu erzeugen, so viel Kohle, wie du dann den ganzen Leuten dafür geben müsstest, undenkbar. Und Kollege und Farid Bang in dem Falle haben es einfach auf den Nacken geschenkt bekommen, ja. Also man muss es immer aus beiden Seiten oder aus beiden Perspektiven auch betrachten. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde ist, es muss halt irgendwo Reibung entstehen. Es dürfen gar nicht alle Leute das feiern, was du machst, denn ohne diese Reibung kannst du halt nie wirklich erfolgreich werden. Zumindest ist das mein Denken und meine Auslegung dieses Gedankens. So, kommen wir wieder zurück zu seinem Meisterwerk. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war einfach die Tatsache, dass er seine Biografie, also all das, was er so erlebt hat, sehr, sehr ehrlich in sein Buch, in sein Hörbuch reingepackt hat und dann immer wieder Zitate aus seinen Tracks mit reinfließen hat lassen, aber auch gleichzeitig wirklich Mehrwert, also Persönlichkeitsentwicklungsmehrwert mit in seine Zeilen reingesteckt hat. Dass es wirklich ein wundervoller, harmonischer Übergang ist zwischen seiner eigenen Biografie, seiner Rap-Karriere, seinem Mindset allgemein und wirklich das Universelle, was er versucht, mit seinen Worten jedem ans Herz oder jedem mit auf seinen Weg zu geben. Er umschreibt einfach sehr professionell, dass er halt auch früher kleine Brötchen gebacken hat und das ist halt auch so ein Riesending, was immer noch nicht wirklich im Mainstream angekommen ist, dass man halt nicht von heute auf morgen seine Karriere, egal in welchem Bereich, aufbauen kann, dass wenn heutzutage Newcomer, sagen wir mal, als Comedien vorgestellt werden, dann sind die schon vorher zehn Jahre im Underground am Ackern, am Arbeiten, am Machen und am Tun, dass sie dann dementsprechend eventuell irgendwann im Mainstream als Newcomer bezeichnet werden. Das darf man nicht vergessen und das vergessen halt so viele Leute, das blenden so viele Leute aus, wenn man heute jemanden fragt, so ja, hier, Kollege, da wird niemand mehr jetzt irgendwie 15 Jahre zurückblickend betrachtet, sagen, das ist genauso jemand wie ich und du und er hat einfach seine Bestimmung gefunden, er hat an sein Rap-Ding geglaubt, er ist dafür halt gestorben und blüht dafür, hat daran festgehalten, hat durchgezogen und irgendwann erntet man dann einfach die Lobbeeren für die Samen, die man halt mal gesät hat oder die man halt durchgängig gesät hat. Ich habe auch bewusst das Video nicht irgendwie im Titel auf das Buch bezogen, sondern einfach Danke Felix Blume genannt, denn ich hoffe, dass durch diesen Titel oder auch durch meinen Dump-Nail Leute auf dieses Video aufmerksam werden, die das Buch noch gar nicht so auf dem Schirm haben und vielleicht auch aus diesem Video heraus dann zur Kaufentscheidung kommen. Nicht, dass er es bräuchte, aber einfach tut euch den Gefallen. Tut euch einfach den Gefallen, denn dieser Mehrwert, den ihr euch da für 20 Euro reinziehen dürft, der wird euch, wenn ihr wirklich auf der Suche seid, wenn ihr wirklich auf eurem Weg seid, wird dieser, dieses Buch wird euch einfach weiterbringen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, ihr müsst nicht 20 schlechte Bücher lesen. Ihr könnt direkt dementsprechend mit so einem guten Buch starten und habt wirklich ein sehr, sehr starkes Basisfundament, was dieses Buch einfach jedem bietet. Wie gesagt, obwohl ich schon sehr, sehr viele Bücher gelesen habe und auch selbst ein Buch geschrieben habe, dieses als Hörbuch rausproduziert, Selfmade vermarkte, kann ich wirklich nur meinen absoluten Respekt für dieses Meisterwerk zollen und bin auch sehr, sehr dankbar, dass er sich dazu entschieden hat, diesen Weg einzuschlagen, beziehungsweise jetzt auch mit seinem neuen Kanal Felix Blume einfach mal so andere Bereiche des Lebens offen und ehrlich halt zeigt seiner Community, Denn gerade in Deutschland fehlen Leute wie Tony Robbins in Amerika. Also wirklich Leute, die motivieren, die mit ihren Impulsen andere Menschen dazu anregen, wirklich mehr aus ihrem Leben rauszuholen, als 40 Jahre von morgens bis abends in einem Job zu hängen, wo man gar keinen Spaß hat, wo man sich jeden Morgen aus dem Bett quält, wo man dann versucht, sich irgendwie mit Kaffee, Alkohol oder anderen Drogen oder verrückten anderen Süchten, die sich dann so über die Zeit entwickeln, irgendwie eine Balance zu finden, die niemals eine Balance sein kann. Merke, umso mehr erfolgreiche Menschen von ihrem erfolgreichen Leben berichten, ehrlich berichten, umso mehr normale Menschen können sich an diesen erfolgreichen Biografien orientieren und das dann versuchen, auf ihr eigenes Leben zu projizieren, indem man dann die Fähigkeit, die man selbst hat, versucht, mit dieser Biografie einfach nachzubauen. Es gibt keinen perfekten Baukasten dafür. Der perfekte Baukasten bist immer du selbst, denn du musst flexibel sein, du musst einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein und wenn du das heute nicht bist, vielleicht bist du es morgen, vielleicht bist du es auch erst in drei Jahren, aber dann warte geduldig. Gebt nicht auf und jeder Mensch hat seine Daseinsberechtigung, jeder Mensch hat auch seine Bestimmung. Ich hatte ganz, ganz lange zum Beispiel den Traum, Psychologe zu werden, wusste aber, dass meine Schulnoten niemals dafür hätten ausgereicht und dementsprechend habe ich schon sehr, sehr früh aufgehört, diesen Traum zu leben, bis dann halt in meiner stationären Therapie ich dann wirklich gebrainwashed wurde, ich herausgefunden habe, wo mein Problem lag, ich alles umgewandelt habe und dann einfach gesagt habe, fuck the system, um wirklich deinen Beitrag in der Welt zu leisten, brauchst du kein Abitur, du brauchst auch kein Studium, du brauchst einfach nur den Herzenwunsch, das Feuer in dir, dementsprechend einfach etwas zu machen, was so noch kein anderer gemacht hat, beziehungsweise mach einfach das, was du liebst, biete Mehrwert für andere Leute und auf kurz oder lang wirst du erfolgreich, daran glaube ich ganz fest. Er hat es nochmal mit seinem Buch bestätigt, dafür danke ich ihm und er hat auch ein Exemplar von meinem Hörbuch geschickt bekommen, zumindest habe ich es an AK geschickt, an Sugar Agency, wobei ich glaube, dass da so viele Sachen ankommen, dass dementsprechend, ja, da gar nicht auf alles eingegangen werden kann, es ist auf jeden Fall nicht zu mir zurückgekommen, also wird es da angekommen sein, vielleicht auf früh oder spät kriege ich irgendwann mal eine Rückmeldung zu meinem Hörbuch oder ich schaffe es auch von selbst dementsprechend in so eine hohe Liga, dass ich dann einfach mit den Connections selbst ein Kollege rantreten kann, ich ihm die Hand geben kann, ein Interview mit ihm machen kann und ihn, ja, nochmal Auge um Auge mich für seinen vorgelebten Weg, für sein vorgelebtes Leben, was er so ehrlich und offen preisgibt, bedanken kann und eventuell auch irgendwann mal mit ihm gemeinsam etwas machen kann in diesem Bereich, denn da fehlt absolut jede Menge Potenzial, denn da draußen sind so viele junge Leute, die so viel Zeit ihres Lebens verschwenden, indem sie einfach nur Scheiße konsumieren oder selbst die ganze Zeit nur zocken, Drogen konsumieren und einfach Wasting Time mäßig ihr Leben verschwenden und damit weder sich noch irgendjemand anderem Mehrwert bietet und dementsprechend ist dann die Depression vorherbestimmt. Wenn ich Leute im Internet hate oder kritisiere, mit dem Finger auf andere zeige, so, am Ende des Tages, ich kritisiere ja oftmals Leute, die schon jemand sind, den ich konsumiere und das ist da eigentlich schon der Diss, also wenn ich im Internet irgendwie jeden Tag fünf Stunden mir Videos reinziehe und immer negative Kommentare irgendwie unter die jeweiligen Videos tippe, dann pushe ich die Person, die ich hate und auf der anderen Seite entwickle ich mich nicht weiter beziehungsweise baue immer weiter meinen Nicht-Nährboden aus, dass da auch weiterhin nichts gedeihen kann. Das war's von mir, danke für deine Zeit, kauf das Kollegabuch, haut rein, ciao.